Hallihallo ihr Lieben! Ja, jetzt geht es weiter mit dem Stuffing. Hier kommt gleich das Video, viel Spaß dabei. Und ja, guckt einfach die anderen Teile auch, dann werdet ihr sehen, das bildet ein ganzes Sortiment. Es war ein Dreh, ich sage es euch, ich habe in meinem Leben noch nie geschnitten, deswegen seid mir nicht böse. Ich habe am Anfang auch alles verdreht, aber jetzt ist es, glaube ich, richtig rum. Und ja, ich habe mein Bestes für euch gegeben. Viel Spaß damit! So, wie ihr seht, stell das Bild verändert. Ich hatte aufgenommen, aber nicht das, was ich aufnehmen wollte. So, ich hatte den Urlaubsbeiner rausgetan, der Johannes hatte sich einen Würfel schon ausgesucht und wir hatten erzählt und ihr habt es nicht mitbekommen. Der Johannes darf würfeln. Ich hatte jetzt ausgetaucht den Urlaubsbeiner gegen den Kleiderbeiner. Der Kleiderbeiner ist einer, der jetzt sowieso im Minus ist, deswegen würfelt er natürlich dreimal. Bitteschön. Da haben wir eine fünf, ja. Oh, eine drei und ein eins. Sehr schön. Damit haben wir neun Punkte. Wir müssen das natürlich dementsprechend hier ausmalen. Und ich muss noch mal gucken, wo das hingehen muss. Neun Euro kommt tatsächlich ins Restaurant zurück. Da muss ich meinen Wanderer ja noch mal holen. Haha, sehr gut. Oh, da finden dann nur noch 15 Cent, die ins Restaurant zurück müssen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, das machen wir aber natürlich ganz sofort. Das machen wir gleich. Wir schreiben das gleich da rein. Ja, das möchtest du die schon mal ausmalen. Ja. Also eine fünf, eine drei und eine eins. Johannes malt die gerade mal aus und ich nehme euch mal mit. Und wir führen gerade mal fürs Restaurant unsere schönen Beintrecke aus. So, so schnell hat man wieder neun Euro mehr im Restaurant. Seht ihr? Ja. Ja. Und so ist das nämlich äh, wieder ausgeglichen. Das war natürlich von irgendwann, habe ich das natürlich einfach mal abgezogen, äh, aus dem Restaurant rausgenommen. Ähm, und es wurde natürlich jetzt wieder zurückgeführt. Und das sind diese Minusbeträge, die ich euch vorhin erklärt habe, die eigentlich keine Minusbeträge sind, weil die aus irgendwas rausgenommen wurden, wo noch ein Bestand war. Aber es soll natürlich auch wieder dahin zurückgeführt werden, wo es ursprünglich hingehört. So. Sehr schön. So. Dann tun wir das natürlich wieder zurück. Es ist natürlich immer noch nichts drin, es ist immer noch relativ viel Minus. Da dürfen wir noch ein paar Mal spielen. Aber mit dem Würfel-Challenge, wenn man die dreimal macht. Hier war es so fleißig ausgemalt. Sehr schön. So weitermachen. Aber die erste Reihe ist schon voll. Und dann geht's weiter. So. Dann hatten wir bei den Kleidern einmal neun Euro. Mal husten hier. Okay. Wir machen es jetzt erst mal so. Wie gesagt, ähm, ich wollte erst mal bei den Minusbeträgen, wie gesagt, äh, einsparen. Deswegen hole ich jetzt direkt die Binder auch nur raus, wo, äh, diese Minusbeträge drin sind. Und wir sparen da erst ein. Und alles, was dann, äh, noch übrig ist, sparen wir in die anderen, äh, Beinder mit ein. So. Also wir haben hier bei Friseur haben wir noch Minus. Das müsste rein theoretisch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, müsste das hier in diesem Ordner sein. Genau. Da ist auch schon unser Friseur. Ah. Ach Gott. Ja. Das ist natürlich so ein Spiel, wo man äh, Fehler suchen muss. Das war noch so ein Ding. Ach Gott. Und da habe ich aber schon fünf Fehler gefunden und zwölf Fehler dürfen es sein. So. Wir brauchen tatsächlich, äh, 15 Euro noch was. Und es sind immer 50 Cent. Hoho. So. Wenn wir sieben Stück noch haben, mal 50 Cent, dann können wir jetzt 3,50 Euro noch reinmachen. Aber wir müssen diese sieben Fehler natürlich finden. dann wäre diese Challenge schon mal fertig. Das machen wir jetzt auch. Johannes, helft mir Fehler suchen. Also, finde den Unterschied. Die Palme habe ich schon. Den Sack habe ich auch schon. Punkte. Welche Punkte? Ah. Oh ja. Super. Punkte. Da haben wir schon wieder einen. Die Palme? Die Palme haben wir schon geguckt? Nein. Das sind zwei. Ah ja, okay. Ja, ja. Das sind zwei. Ja, hab ich schon zwei. Der Flügel. Der Flügel vom Ara oder was das ist? Ja. So. Der Streifen? Das Seil hier. Welches sein? Ah ja, das Seil. Das Seil. Ja, jetzt sind es nur noch drei Fehler. Jetzt wird es schon schwierig. Das Seil hier auch schon. Eins, zwei, drei, vier. Da ist die Wolke größer als da. Ja, stimmt. Fünf. Zwei Fehler noch, Johannes. Zwei, stimmt. Das Schloss haben wir schon. Oh, ich finde die letzten zwei, vier sind immer total schwer. Leute, jetzt sind wir uns aber anstrengend hier. Wer von euch hat es gefunden? Ah, das ist der Mund. Da lacht er und da lacht er nicht. Genau. Die Finger vielleicht. Zählen wir mal die Finger. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Da müssen wir auch alle beide vier. Vier den Streifen. Ha! Ich hab's. Der Kummerbund. Ha! Zwölf. Drei Euro 50. Tatatata. Und damit ist diese Challenge erledigt. Servus. Die drei Euro 50. Drei Euro 50 müssen natürlich rein. Ähm, die müssen tatsächlich auch wieder Back to Bank. Drei, zwei, drei, vier. Und dann ist der Erste. So, dann haben wir hier die 15 Euro, also die minus 15,40 Euro plus 3,50 Euro. Dann haben wir hier nur noch 11,90 Euro minus. Das ist doch schon mal was. Und wir brauchen eine neue Challenge und der Johannes hat sich da ganz mit ihm gemacht und hat sich auf die Challenge draufgelegt. So, und da haben wir ja tatsächlich dieses Mal Harry's World. Jetzt ist natürlich die Frage, was tun wir rein pro Figur, wenn wir sie dann ausstreichen? Ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen höheren Betrag. Wir nehmen mal 5 Euro. So, weil der Friseur ist ja nicht so günstig und die Kiddies wollen ja auch mal die Haare geschnitten haben irgendwann. Ja. So. Gut. Da drüben sammeln wir wieder für die Bank. Bank to Bank. Ich lege es mal da hin. Mal da hin. So. Sehr schön. Und schon haben wir wieder eine neue Challenge im Umlauf. Ja, wie schön. Aber die steht irgendwie kopflich. Ich mag das nicht. Die muss in die andere Richtung gucken. Das ist ein Tick von mir. Die muss so rum rein. So. Jetzt bin ich glücklich. So. Das heißt, wir haben hier beim Friseur 3 auch 50 Neuralen. Gut. Dann brauchen wir Silvester. Ist tatsächlich noch in diesem Ordner drin. Laut meiner super schlauen Was könnte das hier sein? Ja, ja, ja. Ja. Aber das ist gebunden. Das heißt, da muss ich hier. Entschuldigung. Hat eine blöde Challenge drin. Oh, so eine 10 Cent Challenge ist natürlich wie ein Arsch. Ich war sorry, wenn ich das so sage. Da kriegst du nie was zusammen. Gut. Das dauert noch. Die können wir leider nicht einlösen. Das ist doof. Aber ist halt so. Gut. Dann nehmen wir das nächste Minus-Ding. Dann muss erst mal was passieren. Als nächstes kam die Binnens. Moment. Haben wir die da mit rüber gezogen? Schon. Ist die schon hier rüber gewandert? Nee, hier ist Fahrrad. Kindergeburtstag. Dann kam der Ordner. Genau. Da müsste die Deep Balance drin sein. Nee, da ist die Stafette drin. Hier ist die Deep Balance. Was hat die denn? Auch eine Würfel-Challenge. Ach, heute würfeln wir nur. Gut. Da würfeln wir aber auch dreimal, bitte. So. So raus. Vier. Oh, warte mal. Wo ist mein Spitzzettel? Hier. Moment. Vier. Hm. Ja. Eins. Eins. Na ja, gut, da kommen wir halt weit mit. Aber egal. Besser wie gar nichts. Und zwei. So, Johannes. Vier plus eins plus zwei sind... Äh, ach, äh, sieben. Na, also bitte. Hier. Darfst du mal ausmalen. Und das muss tatsächlich ein Rentenordner, das muss man eigentlich gleich machen. Dann haben wir noch... Vier, neun, drei minus. Und ich mache ein R für Rente hinten dran. Sehr schön. So, jetzt muss man das natürlich ausmalen wieder. Johannes, magst du wieder malen? Die vier, äh, die eins und die zwei. Drei Stück bekommt er von mir. Das ist eine kleine Challenge. Ich denke, das wird relativ schnell. Ich werde mir jetzt das Rentenkonto schleppen. Und werde mit euch das natürlich wieder, ähm, schön auffüllen. Oh, die Rente ist hier. Oh, die muss ich auch mal wieder ausleeren, die Rente. So, mal wieder zur Bank bringen. Das kann man gleich auch ein bisschen korrigieren. Das zwei, vier, sechs. Ja. Das machen wir mal dann ein bisschen größer. Wunderbar, seht ihr das? So, jetzt brauchen wir den Stift noch. Jetzt müssen wir natürlich... Das ist aber nicht schön ausgemalt worden. Johannes, trinke ich mal ein bisschen mehr an. Was sieht man denn? Ich sehe das. Ich höre mich von einem kleinen Säßen. So, also wir sind dann hier bei 101 Euro. Das heißt, ich muss das unbedingt auf die Bank bringen. Aber super. Bin ganz glücklich. Dass ich da jetzt auch langsam anfange, das wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Jetzt ist schon besser. Dankeschön. Dann stecken wir unsere Stütze wieder hinten rein. So, jetzt haben wir, glaube ich... Warte, ich gucke, ob jetzt noch irgendein Ordner ist, wo kein Ding ist. Ah, was wir auf jeden Fall besparen müssen, ist noch die Staffette. Die muss auf jeden Fall noch bespart werden. Weil die natürlich auch... So, sieben Euro müssen wir hier noch reinschreiben. Weil die natürlich auch fällig wird. Und Weihnachten müssen wir noch machen, weil da auch ein Minusbetrag drin ist. Also, dann suchen wir uns mal die Staffette. Die haben wir hier. Die hat tatsächlich diese Winterzauber-Ruppel-Challenge. Ha, ha, ruppeln. Na, da darfst du mal aufbrillen, Johannes. Endlich mal ruppeln, ha? Endlich mal nicht würfelt aus mal. So, dann ruppel mal hier. Das fällt. Oh, ich gucke nicht allzu hohe Zahlen. Da kommen manchmal nicht ganz schön hohe Zahlen raus. Oh, das ist aber nicht so hoch. 1, 2, 3. Ruppel mal den Rest hier noch weg, bitte. Ich mag das immer, wenn es ein bisschen... Schöner ist, ja, sehr schön. 3 Euro ist jetzt nicht so viel, aber das ist ja wie nichts. Für die Staffette. Ja, wobei wir am überlegen sind, ob wir sie... Sie abzuspülen. Abzubestellen. Ja. Aussehen. Ob wir sie komplett abbestellen. Dann könnten wir den gesamten Betrag, den wir jetzt schon drin haben, Back to Bank, weil da sind nur noch ein paar 60 Euro Minus drin. Das machen wir jetzt einfach. Und ich bestelle die morgen ab. Was habe ich denn da noch drin? Achso. Das machen wir. Dann kommt er auf den Stapel Back to Bank. Zack. Dann schreibe ich mir hier gleich mal meinen Spickzettel. Abbestellen sofort. Abbestellen. Sofort. Sobald es möglich ist. So. Also, dann müssen wir 22... Jetzt machen wir das mal ganz anders da. Jetzt machen wir das mal so. Heute ist der 31.1. Erstmal. Wir haben 3 Euro reingezahlt. Dann hätten wir hier 25. So, aber wir haben ja hier von der Bank her noch diese 63,50. Die rechnen wir jetzt natürlich da minus. Das machen wir einfach mal so minus 53,50. So. Ja, man muss gut reden. Hm? Das ist ja mal eine Präge. Das hat was Tolles gefunden. So. Back to Bank. Bank. Sehr schön. So, dann haben wir das auch. Dann wird die morgen gekündigt. Dann wandert das natürlich dann, wenn das aufbezahlt ist, auch komplett raus. Wo ist der Ordner, wenn der gekündigt ist. Schön. So. Stafette haben wir. Was habe ich gesagt? Was muss noch rein? Ähm, Weihnachten haben wir gesagt. Muss noch unbedingt bespart werden. Wir haben das hat was gefunden, was wir unbedingt mal nochmal nachgucken müssen. Das ist so eine Prägung für, ähm, diese Mauer da, die da war. Sieht auf jeden Fall gut aus. 60 Jahre irgendwie, wie viel hier. Guck. 60 Jahre gefallene Mauer wahrscheinlich. Ja. Mauerfall. Können wir mal aufheben. So. Uppala. Jetzt, äh, Weihnachten. Weihnachten ist relativ weit hinten. Tada. Da ist schon Weihnachten. Boah, Einschlag. Weihnachten stehen tatsächlich 14 Euro aus. Da haben wir gleich auf einen Schlag. Ziemlich viel. Das ist die Christmas Challenge. Da gehen nur 14 Euro pro Ding raus. Und das gehört einmal, oh, das ist gespalten. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Ich würde sagen, wir tragen es einfach von der Rente ab. Wieder zurück in den Rentenpauch. Haben wir 14 Euro noch klein. Guckst du bitte mal. 14 Euro klein. 14 Euro haben wir garantiert. Wo habe ich denn jetzt mal einen Stift hin? 10. Jetzt wird es hier chaotisch, hier bei uns. Ich sage euch. Jetzt geht es langsam los. Mein Stift ist verschollen. Da liegt der. So. Vorlauter. Und der andere Stift, der der wasserfeste Stift ist, ist so verschollen. Das gibt es doch gar nicht. Mama verliert alles. Ich nehme einfach jetzt mal eine andere Farbe. Oh, wo habe ich die denn jetzt hin? Die sind überhaupt noch beschrieben. Naja, egal. Das Weihnachten kann auch mit Grün durchgestrichen werden. So. 14 Euro. Der taucht gleich wieder auf für dich das Hochheb wahrscheinlich. So. Dann haben wir hier unten. Minus 268,9. Wo hast du die 14 Euro jetzt hingelegt? Ach ja. Machen wir mal was so. Was war das jetzt so da? So. Minus. Ne. Plus 14. Dann haben wir nur noch 254,9 Euro. Nehmen wir noch genug. Da dürfen wir noch eine Menge rein sparen. Noch öfters 14 Euro rein sparen. Bis wir da sind, wo wir hinwollen. Aber das macht nichts. Super. Dann tun wir das gleich mal in die Rente rein. Schreiben hier die 14 Euro rein. Und das in die Rente rein. Wichtig ist, wenn ihr sowas macht, dass ihr es immer gleich in den Topf rein tun, wenn ihr wirklich so spielt, wie ich das mache. Dass es immer gleich wieder in den Topf rein tut, wo es auch reingehört. Weil ihr kommt nämlich sonst irgendwann durcheinander. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Und das ist ärgerlich. Also den Back-to-Back-Topf lasse ich meistens liegen bis zum Schluss. Bis ich alle Minusbeträge einmal raus hatte. Und dann rechne ich den komplett zusammen und tue den einmal rein. Den mache ich aber jetzt auch rein. Weil jetzt kommen nämlich nur noch Töpfe, die mit Null sind. Wir haben ja die ganzen Minus-Töpfe jetzt raus. Und das heißt, es kommt auch nichts mehr Back-to-Bank. Vielleicht können wir da auch nochmal ein bisschen Geld wechseln. Nochmal gucken. Hier, was haben wir dann jetzt hier? 2, 4, 6, 7, 8, 8, 50 Euro. Aber wir könnten 5 Euro vielleicht. 2, 3, 5. Wir können 5 Euro Schein machen. So, 8,50 Euro. Und das kommt gleich zurück zur Bank. Das sind dann 28,50 Euro. Die schon wieder für nächsten Monat quasi hier warten. Und dann zum Bestaffen für nächsten Monat schon sind. Und ich weiß immer nicht, wo mein Vater steckt ist. Dann nehme ich jetzt blau. Und dann schreibt Schöne wie der Schwarze. So. Den lege ich jetzt nicht mehr dahin. Den nehme ich jetzt gleich wieder in seine Mappe rein. Sonst versuche ich den nämlich auch gleich wieder. So. Der andere taucht ja auch wieder auf. So ist das nicht. So. Jetzt haben wir natürlich die Sachen, die jetzt wichtig waren. Sag ich mal bestafft. Wo Minusbeträge waren. Auch nachgestafft. Ich sag mal dazu nachgeordnet. Und jetzt kommt das eigentliche Spielen. Juhu. Und wir fangen natürlich da an, wo wir aufgehört haben. Und zwar war das das Luxus. Und da haben wir einmal unserem Domino-Spiel. Und das sind es 5 Euro. Da braucht man nicht Würfen. Das ist ja immer festgelegt. Schade, Johannes hat doch schon den Würfel parat. Nein, Johannes. Leider nicht. Einmal einen 5-Euro-Schein bitte. Einen 5-Euro-Schein. Vielen Dank. Du darfst die 5 ausmalen, wenn du möchtest. Ich will. Aber 2-mal Geld finde ich doof. Dann nimm lieber die Blau. Mein Geldautomat. So. Mein kleiner Geldautomat. Kannst du viel groß malen. Mal, was machst du? Wieder mal schön. Na? Ja. Das war tatsächlich aus diesem Buch, wo wir den raus hatten. Das Domino. Das war echt ein cooles Büchchen. Da haben wir sogar noch einen Teil davon, wo du dann die Challenges austrennen kannst. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Wollte ich euch sagen. So. Ah. Hier ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Hier wird angekreuzt. Wir können 20 Euro. Wie haben wir denn noch? Haben wir noch 20 Euro? Entschuldigung. Wir haben 30 Euro im Burs. Na, wir nehmen die 20 Euro. Wir nehmen schon die 20 Euro. Wir tauschen die aber um. In 20er? In 20er. Tatsächlich, dass hier wirklich nur ein 20er drin ist. Weil wir später ja nochmal Geld brauchen. Das war ja noch nicht alles an Bistrassen, gell? So. Jetzt muss man das natürlich auch ausstreiten, die 20 hier. Und immer noch ist meine schwarz verschwunden. Hier nochmal die grün. Und schon wird das E-Bike wieder bestafft mit 20 Euro. Das ist doch schon mal schön. Ich hoffe ja, dass ich mein E-Bike bereiten kann, wenn ich genug Geld zusammen habe. Bis dahin, bis es weg muss. Aber ich weiß nicht, wann es weg muss, wenn ich ehrlich bin. Weil ich ja so ein Leasing-E-Bike habe. Und, äh. Ja, wenn ich Pech habe, schaffe ich es nicht bis dahin. Aber vielleicht dann bis zum nächsten Mal. Ach ja, da haben wir dieses Mini-Puzzle-Spiel. Da könnten wir mal einen 5 Euro reintun. Hi, Johannes. Einen 5-Euro-Schein haben wir ja noch. Kannst du bitte ausmalen, wenn du möchtest. Ganz leicht. Mhm. Ich klaue mir hier kurz in den Warten. Und ich schreibe mal rein, was wir drin haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, Hemden, keine Gebügel. Kleidungs-Challenge haben wir schon einmal gemacht. Ach so, Moment, wir haben das ja noch gar nicht reingeschrieben. Moment, E-Bike waren 20 Euro. Was war das jetzt für eine? Ach, das ist eine unbestimmte. Das ist eine unbestimmte. Das heißt, die kommt dann wieder für so Sachen, und wenn jetzt zum Beispiel so wie neulich mal die Kaffeemaschine kaputt geht oder der Fräse oder sonst irgendwas, das ist immer so ein D-Rettungs-Challenges sind das dann immer. Die D-Rettungs-Challenges. Genau, Hemden sind auch nicht zugeordnet. Die hat auch keine Zuordnung. Und Kleidung haben wir schon gemacht. Dann sind wir mit D-Binder tatsächlich komplett einmal durch. Sehr schön, dann kommt die nächste Nummer. Aber wir haben ja noch, guck mal, wir haben ja noch ziemlich viel hier. Sogar zur Verfügung. 300 noch was Euro. So, dann geht's weiter. Oh, da brauchen wir jetzt. Müssen wir rechnen. 15 Euro, das können wir gar nicht bezahlen. Genau, weil wir die gar nicht haben. 15, Marge. Ha? Könnte ganz knapp werden. 14. Ja, wir machen das anders. Doch, 15 Euro. Nee, wir machen das anders. Wir holen jetzt das Geld noch. 10. Warte kurz, warte kurz. Wir holen jetzt die 300 Euro. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 4, 6, 8, 10. Nehme ich jetzt mal durcheinander. 4, 6, 8, 10. Das sind 300. 320. 3, 4, 5, 5, 9, 10. 1,25. Sogar 1 Euro. 44. 4, 46. Hm? Nein. Wie bitte? Das ist 4, 5 und meine. Kein 6. Ja, ja. 26 und jetzt waren wir noch 44. Ja. Ja. 24. So, vorbei. Schade, schade. Aber seid nicht traurig. Es gibt noch ein Teil. Einfach warten, bis der nächste Teil kommt und schaut weiter. Ja, vielen Dank erstmal an alle, die mir so treu zur Seite stehen, die mich abonniert haben natürlich. Jeder darf mich kostenlos abonnieren. Ihr unterstützt mich damit. Vielen lieben Dank. Ja, aktiviert auch die Glocke, weil ihr wisst, ich stelle immer ganz unterschiedlich Videos rein. Bin da nicht so der Konsequente, weil ich das mit meinem Handy irgendwie nicht gebacken bekomme, dass das Video genau dahin lädt. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Das ist einfach so. Damit müssen wir leben. Muss ich leben. Vielleicht irgendwann schaffe ich es mal, das auf dem Computer zu machen. Aber so weit bin ich noch nicht. Ja, vielleicht irgendwann. So, jetzt wünsche ich euch ganz wunderschöne Tage. Bis zum nächsten Video. Hab euch lieb. Bis dann. Tschüss.